so freunde willkommen zum letzten tag des blutigen kampfturniers keine heilung keine wiederauferstehung drei sterne rote gesperrt wir geben noch mal alles jetzt am ende und es sieht ja nicht gut aus das ist wunderschön ach ja das ist bestimmt eine a-defensive im strauch werden ich werde das nächste drei stände zu nehmen auch hauptsächlich langsame gucken wir das wenn dann auch wenn es dann auch in ehe ist dann soll es halt nicht sein naja pech gehabt aber guck mal hier wo ist denn da das problem ich habe auch in dölken bei mir steht er auch ich habe dann auch zwei schnelle hitter daneben habe ich dir auch ich habe zwei schnelle ein der mich aber supportet mit minions und einer der snipe und minions macht für sich selber jetzt da steht ein langsamer hier hinten der hat doch überhaupt nichts da verloren gut irgendwie hier ich bin felsenfest ich bin felsenfest ich bin felsenfest überzeugt ist ja auslässt ich habe mein nächstes jetzt fertig säubert negative status änderung von allen verbündeten ich finde den dispel eigentlich besser wenn ich ganz ehrlich ding ja da jetzt auch das mana dingen werden wir sehen ob das so großen unterschied macht müsste ich jetzt explizit nachgucken aber manchmal gar kein kopf drum weil in erster linie spiele ich ihn so als dispeller wenn ich ein cleaner brauche dann eventuell mal gegebenenfalls deswegen habe ich ihn auch so gelassen wie er ist und habe ihn nicht noch mal neu emblemiert weil so werde ich ihn in erster linie wahrscheinlich spielen und nutzen deswegen mal gucken so hier haben wir jetzt zwei gelbe das heißt wir nehmen zwei lila dazu drei grüne das haut hin und zwei lila so na nehmen wir auch ein tree evil was soll der was soll der guise nehmen wir ein tree evil und bjorn okay ich habe übrigens ähm warte mal bevor wir anfangen mein nächstes ist er raus aus dem level team ne weil er ja gelevelt ist jetzt ist er hier drin haben wir ja drüber gesprochen ich habe auch die embleme um ihn direkt hoch zu bringen hier kommt mal sechs von sechs alles easy alles el nadaha und kulabo siege ja also das team das rasiert auch jeden eigentlich wenn da die steine so ein bisschen kommen okay gut aber jetzt geht es mit grams grams da können wir eigentlich so viel rein spielen wie wir wollen ohne ende der macht ja nix so spielen das so lila kommt hoch lila geht sogar zusammen perfekt gut dann spielen wir die lilanen hoffen dass hier vielleicht grün zusammenkommt perfekt so dann können wir die gelben spielen der lilanen setzt sich dann dahin könnten wir runterziehen wir können aber auch einfach die spielen dann würden wir nur vier steine in celly hauen würde ich erstmal noch gucken dass wir das vermeiden lassen sie erstmal in der mitte bleiben wo grams ist das tut jetzt erstmal nicht weh bisschen mana boost ja damit tree evil dahinten stelle auslöst alles gut so okay jetzt müssen wir so langsam gucken er ist weg wir brauchen unsere grün die grün holen wir uns jetzt gut vielleicht sollten wir gleich mal dölgen an machen ne vielleicht besser also wir hauen jetzt erstmal ihn raus dann haben wir nämlich platz für die zum ghosten so haben wir nämlich tree evil am start gut jetzt brauche ich die defensive beim anderen nicht mehr so wir gehen auf tree evil weil mit dem zweiten hit macht er mehr damage und egal wen er trifft der trifft bertulf da macht er natürlich dann verheerenden damage so wir ziehen die blauen und die roten zusammen weil die bombe explodiert gibt die lilanen und das killt bertulf ah nein so erstmal hier weiter in der mitte erstmal gucken dass da nicht großartig was passiert wir haben ja den platz hier in der wir haben den platz in der mitte und den steinen fällt nichts besseres ein als komplett ein match mal außen hin zu ballern das ist auch wahnsinn so gut einer hätte der tree evil und die sally ausgelöst die langsamen außen das ist schon hart eine harte nummer so jetzt haben wir wieder unseren guten jarif in der mitte und tree evil wieder außen okay ja da müssen wir mit drei grünen reingehen bei einem blauen block in der mitte gehen wir so rein okay das ist äh geschenkt da machen wir direkt den diamanten machen erst manessis weil der nimmt den geteilten schaden von dölgen runter den er macht so wir gehen natürlich in erster linie auf tree evil aus besagten angstgründen dass er auslöst ja gut das board das schenkt natürlich einiges ne ich denke mal das ist klar geworden okay das war jetzt keine große kunst tut mir leid aber wieder ein tree evil also ich weiß es nicht ich weiß ich traue dieser ganzen sache nicht wieder zwei langsame sally und tree evil grüße in die schweiz würde ich mal sagen ja wir bleiben bei denen er macht irgendwas glaube ich was länger hält an grün aber gut was soll's ist also ähm bei gemstone hätte ich jetzt hier weil ich da diagonal spielen kann hätte ich jetzt einen schönen diamanten gerade wir können mit mit gelb spielen dann geht das hier in die grün wir holen die grün nach oben dinge wir können aber auch erstmal hier die lilanen spielen und die lilanen laufen ja nicht weg weißt du was wir machen das mal okay egal wie ich die grün ja fast egal wie ich die grün spiele ich krieg ein blaues match wenn ich die so spiele geht blau rein wenn ich die so spiele geht blau rein außer ich spiele die so will ja erstmal auch noch kein blau drin haben ne deswegen das mal so dann haben wir hier auch die ok das mal noch so dann haben wir hier nochmal lila ja jetzt kommen wir an den punkt und weil der sehr langsam Betriebel auslöst das ist Wahnsinn das ist einfach nur Wahnsinn ja soll ich tun kann nichts tun ich könnte das noch so machen das ist unglaublich es ist wirklich unglaublich das das geht halt einfach nicht in meinen in meinen vernünftig denkenden Kopf rein ne das geht nicht in meinen vernünftigen Kopf rein das ein sehr langsamer hält ohne Rush außerhalb von Rush einfach nur so eine Scheiße macht so jetzt muss ich mich tatsächlich für die letzten zwei Wichsangriffe einkaufen ach weg dich wirklich das ist das ist so hirnverbrannt wirklich ich stelle nur noch langsamer hin wirklich ich mach entweder mach ich nur stelle ich immer meine 3 3 evil dahin und dann noch ne Sally und Norrill und dann bin ich immer A und muss ich gar nicht nachdenken auch wenn die Farben gesperrt wenn lila gesperrt ist stelle ich trotzdem 3 evil hin alles ist möglich ach das ist das ist dann das ist dann total dumm wirklich das ist total doof ich habe keine Lust jetzt weiter darüber nachzudenken ich mach jetzt einfach die Angriffe mit dem Team und fertig mal wieder dass das nicht rational hier irgendwie alles zu erklären ist ich gucke jetzt erstmal dass wir ein bisschen lila zusammenkriegen Dölgön ist ja schon wieder geladen warum ist der gegnerische Dölgön eigentlich immer so schnell geladen so extrem schnell und er löst natürlich jetzt auch in der zweiten Aufladung aus ne nur um uns dann wieder einen rein zu zu ballern so komm ja 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 wir gehen da schon wieder ganz schön unter ja und wir machen natürlich jetzt auch gar keinen Schaden mehr ach es ist einfach und doof es ist einfach nur doof ich hätte ihn zuerst machen müssen aber ich bin schon wieder in diesem leck mich am Arsch Modus ähm da kommt eh nichts mehr Gutes bei rum aber wir gewinnen es tatsächlich ist das Wahnsinn ach leck mich am Arsch leck mich am Arsch bring dich zum Sieg ja das 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 sind ja wieder zwei langsame Fars ist ja auch noch Fars ist ein langsamer Heiler der hat da gar nichts verloren ich verstehe es nicht das ist bestimmt auch eine A-Defensive wette ich das ist die der steht bestimmt auf 100% mit seiner Def die davon nie hinterfragen nie mehr einfach langsame hinstellen und fertig langsam und gib ihm mach's doch eh nix hör auf wir hauen ihn jetzt raus dann sammeln wir alles was wir haben und gehen da hinten auf den Nalfrosch da ähm ich guck erstmal ich brauch nochmal ich brauch nochmal grün wie wärs def-up jungen was sag ich mit def-up so ha 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 so ach ja kriegen wir nicht kriegen jetzt Schaden ne ah ne wir sind nur immun ok ja wenn es nur Immunität ist was soll's du gehst natürlich auf den falschen den den du machen sollst machst du nicht da holen wir uns den grün mal können wir jetzt überlegen ob wir nach oben oder unten spielen oder zur Seite egal ja wieder vier Niederlagen wieder wie beim letzten mal ist ja in Ordnung nur unsere Defensive scheißt halt wieder richtig rein na das hilft uns gar nicht also was ist jetzt die was lernen wir jetzt aus diesem Turnier langsamer an die Macht oder nicht sogar sehr langsam ist es ja es ist ja nicht nur langsam ist es ja sehr langsam was ist sie sie ist schnell ok ja sie verstehe ich ja noch sie ist ja noch gut das ist ja in Ordnung er ist in Ordnung sie ist in Ordnung er ist auch in Ordnung weil er ist gut aber er ist nicht er wäre viel besser als Tank guck dir mal die mickrigen Truppen an ich verstehe es nicht ich gönne es ihm Gott bewahre ich gönne es ihm aber ich verstehe es halt nicht ich will es halt verstehen und ein sehr langsamer Außen das ist doch Wahnsinn also ich würde ja noch nicht meinen Tree Evil bei Rush nach außen stellen sondern alle in die Mitte also auch langsam besser als Tank ja das ja auch zwei langsame Mewe auch völlig falsch positioniert die muss hier hier rüber eigentlich mit Aquila Aquila getauscht werden oder so ah Tree Evil ja langsam Tree Evil langsam das ist noch so eine wo ich sage ja das kann das ist wenn für mich eine A Defensive Schlitzer klaut Mana er macht seine Minions sie dodged das ist alles in Ordnung das ist das ist die erste Defensive wo ich jetzt sagen würde Truppen mäßig helden mäßig kann ich verstehen die anderen verstehe ich alles war der ja ja ihn kann ich auch nachvollziehen ja ja er hat ja das gleiche Dingen wie ich gemacht Dölkön quasi dann hat er nur äh nur Schlitzer daneben gepackt wo ich dann ähm keine Ahnung wen hingestellt habe der aber schneller ist von Mana meine ich Poppy habe ich auch stehen warte ja hier ihn habe ich ja stehen ah ne Poppy habe ich nicht stehen ich habe ihn reingepackt ja ja stimmt aber trotzdem Tree Evil langsam außen Morris da steht ein Mo ein Morris steht da dann habe ich übersprungen den 10er ich glaube es nicht ah je ah je ein Morris ach echt jetzt auch ein langsamer Außen das kann ich noch nachvollziehen die Gelben die Minions die halten so lange dich am Leben dass das ein Tree Evil auslösen kann ja das kann ich noch nachvollziehen das ist ja in Ordnung also ich ich werde das nicht niemals verstehen glaube ich niemals das ist auch noch kann ich auch noch verstehen Dodge Minions dann kann er ist ja noch in die Mitte gezogen das kommt ja auch noch dazu das ist ja in Ordnung das weiß ich wirklich nicht kann ich nicht verstehen das kann ich nicht verstehen weil die andere Kiste ja tatsächlich sogar besser ach super das ist ja jetzt nicht so viel hier das das beschwören werden wir nicht bei den Slayern ne das ist unnötig weil wenn wir mal gucken wir beschwören nur mit den Münzen die wir uns erspielen ja wir haben N7 äh Katal ja der haut zwar wunderschön rein aber ich habe keinen keine Verwendung für ihn wirklich keine Verwendung nur wenn dann im Rush und da habe ich andere Teams die so jetzt funktionieren äh Essence Sniper bei Rush sowieso eher nicht so geil für mich ja ich gehe da eher auf Multi-Hater das heißt ich kann kann ihn gar nicht gebrauchen absolut sie habe ich sie habe ich ihn habe ich ihn habe ich sie habe ich nicht ist ganz geil für für Events so ne aber da ich nicht auf Top 100 oder Top 10 oder weiß der Geier was spiele ist es nicht unbedingt notwendig das wäre der einzige wo ich jetzt der einzige Held wo ich nur sagen würde ja aber nur dafür zu beschwören ihn habe ich ihn habe ich ihn brauche ich auch nicht Taubert 180 Schaden alle Gegner das ist das hat zu wenig Bums er ist Kleriker der wird noch nicht mal Embleme kriegen wahrscheinlich das hat mal auch absolut keinen Sinn sie habe ich das sind im Endeffekt nur die beiden blauen Fünfer und sie dafür lohnt es sich nicht zu beschweren da gibt es deutlich bessere Portale wo wir dann wieder zuschlagen das lohnt sich hier definitiv nicht ok dann würde ich sagen Freunde vielen Dank fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video macht's gut ciao ciao das ist das ist das ist das das ist das